Und in Berlin begrüße ich den außenpolitischen Sprecher der Union, Philipp Missfelder. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Grunz. Ja, wir haben eine Situation heute. Hat Dänemark auch erklärt, man wird Militär einsetzen, man wird Flugzeuge, Besatzungen zur Verfügung stellen. Das britische Parlament hat heute Abend entschieden, auch militärisch gegen IS vorzugehen. Was ist eigentlich mit Deutschland? Aus bekannten Gründen tun wir uns sehr schwer. Einen direkten Kampfeinsatz mit deutschen Tornados oder dem Eurofighter zu unterstützen. Wir sind auch danach nicht gefragt worden. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass wir grundsätzlich dort zurückhaltend sind. Was ich allerdings auch gleichzeitig sage, wenn jetzt so viele Verbündete von uns gegen IS massiv vorgehen, dann sollten wir nicht Nein sagen, wenn es darum ginge, zum Beispiel Überwachungsflüge durchzuführen für diese Allianz oder auch Überflugrechte über Deutschland zuzulassen oder weitergehende logistische Unterstützung zu geben. Das sind Beiträge, die könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ein größeres, ein stärkeres militärisches Engagement. Wie könnte das tatsächlich aussehen? Im Augenblick haben wir Waffenlieferungen umgesetzt, logistische Unterstützung. Aber was könnten wir tun? Es geht ja innerhalb des Bündnisses der NATO häufig ja auch um die Frage von EVEX und Aufklärungsfähigkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass es innerhalb der Koalition von Kampf gegen ISIS ähnliche Fragen geben wird. Und da sollten wir uns auch nicht dann zurückhalten. Also ich schließe das nicht aus, dass wir auch Kampfeinsätze anderer unterstützen. Die Frage ist halt, ob wir an vorderster Front tätig sein werden. Das sehe ich momentan nicht. Und mir ist auch nicht bekannt, dass da nach einer unserer Verbündeten bislang gefragt hätte. Selbst wenn wir sagen, wir haben etwas getan, wir haben Waffen geliefert, wir haben Logistik unterstützt. Das, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, kann man eigentlich nur unter dem Begriff desaströs zusammenfassen. Da sind Flugzeuge nicht angekommen, da mussten Besatzungen wieder umsteigen. Weil nicht einmal das, was wir haben anbieten können, hat wirklich funktioniert. Ja, damit haben Sie recht. Es ist sehr, sehr schwierig, da von einem Erfolg zu sprechen. Es war sicherlich politisch richtig, die Entscheidung zu treffen, mit einer Sondersitzung des Deutschen Bundestages ja sogar, zu sagen, wir machen eine Ausnahme von den strikten Exportrichtlinien für Kriegswaffen. Aber an dieser Stelle ist es eben so, dass das politische Versprechen jetzt zwar eingehalten worden ist, aber es doch ziemlich im Getriebe gequietscht hat. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass die Ministerin gut daran tut, die Verteidigungsministerin gut daran tut, die Bundeswehrreform engagiert nach vorne zu treiben, weil offensichtlich gibt es da noch großen Handlungsbedarf. Aber die Reaktionen auf die Äußerungen der Verteidigungsministerin sind ja, um es vorsichtig zu sagen, zurückhaltend bis hin zu massiver Kritik. Man will offenbar nicht dem Weg folgen und die Bundeswehr ertüchtigen. Ich glaube, dieses Beispiel, was wir jetzt gesehen haben, einerseits Entschlossenheit zu zeigen auf der politischen Seite, andererseits eben so gravierende Probleme bei der technischen Umsetzung eines ja nun wirklich überschaubaren Beitrages, den wir für Kurdistan leisten wollten und ja jetzt auch leisten. Dieses Missverhältnis wird sicherlich noch für weitere Diskussionen führen. Und das stellt natürlich auch die Frage nach dem Stand der Bundeswehrreform. Und deshalb unterstütze ich Ursula von der dann auch, dass sie diesen Weg engagiert fortgehen will, auch wenn das natürlich nicht jedem im BMVG gefällt. Der Wehrbeauftragte Königshaus hat gestern gesagt, gerade in zwei Bereichen, in denen wir tätig sind und in denen wir auch tätig sein können, nämlich bei der Sanitätsunterstützung und beim Lufttransport, sind wir ganz schwach aufgestellt. Sowohl von der Manpower, wie man so schön sagt, von der Mannschaft, als auch von den technischen Voraussetzungen. Jetzt muss man leider sagen, es ist letztlich dann doch nicht nur eine politische Entscheidung, sondern vor allen Dingen auch eine finanzielle Entscheidung. Ist die Politik zu überzeugen? Ist der Finanzminister zu überzeugen, dass er was tun muss? Und ist auch der Bürger zu überzeugen? Also grundsätzlich gilt natürlich unser überragendes politisches Ziel ist die Haushaltskonsolidierung. Und die werden wir auch nicht aufgeben aufgrund der Vorfälle jetzt bei der Bundeswehr. Das wäre ja auch falsch, jetzt direkt zu versuchen, alles mit Geld zuzukleistern und damit auch über organisatorische Probleme, die es offensichtlich im Bundeswehrbereich gegeben hat, hinwegzutäuschen. Das ist das eine. Allerdings nehme ich das, was Herr Königshaus als Wehrbeauftragter sagt. Ich kenne ihn als sehr besonnenen und sehr umgänglichen Menschen sehr ernst. Und er würde eine solche Warnung nicht aussprechen, wenn nicht im Kern auch etwas dran ist. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass halt die Betrachtung der Bundeswehrreform ein ganz wichtiger Aspekt ist und dann eben auch politische Versprechen eventuell angepasst werden müssen, weil wir können uns das nicht leisten, dass wir politisch etwas zusagen und dann so schleppend Dinge nur einhalten können. Da müssen wir einsatzfähiger und schneller werden. Herr Missfelder, vielen Dank nach Berlin. Herzlichen Dank.